Hey, Öl, hast du die Krawatte selber gebunden? Ja, eigentlich ist das eine Fake-Krawatte. Aber soll ich dir zeigen, wie eine richtige Krawatte man bindet? Nein! Ich zeig's dir trotzdem. So. Man nehme eine richtige Krawatte. Dann mache ich das hier so hoch. Dann muss man das so machen, dass das eine Ende länger ist als das andere. Dann macht man einmal rum, zweimal rum und dann hat man aber den Zeigefinger darunter. Das dann da drüber. Dann steckt man das hier so durch. Ich hoffe, das ist jetzt von der Proportion richtig. Zieht es hoch und fest und lang. Den Kragen wieder runter. Und dann einfach das hintere Teil durch die Schlaufe und fertig hat man schon eine Krawatte gemacht. Das ist praktisch für jetzt die kommenden, für die kommende Weihnachtszeit, falls man nicht weiß, wie der doppelte Winzer geht. So nennt man nämlich den Bund. Und ja. Tschüss. Hast du die Krawatte selber gebunden? Nein, nein. Das ist draußen. Das ist draußen. Scheiße. Kann ein bisschen dauern. Du fragst einfach. Du fragst einfach. Fuck you. Ach so? Ja, ja. Du bist immer deine Krawatte drin. Bitch, ey! Hey!